Hey du! Hast du Interesse am spannenden Beruf CE Logistica 4.0 bei Ensinger? Die kombinierte Ausbildung Berufskraftfahrer und Fachlagerist gibt es nur bei uns. Ensinger ist ein familiengeführter mittelständischer Mineralbrunnen und Ensinger Sport die meistverkaufte Mineralwassermarke in Baden-Württemberg. Bei uns gibt es zwei Wege zum CE Logistica. Du bist ein Quereinsteiger mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und hast Lust auf Veränderung? Dann bilden wir dich in zwei Jahren zum Berufskraftfahrer aus. Sechs Monate in Vertrieb, Werkstatt und Logistik runden die Ausbildung ab und sorgen für Abwechslung. Oder du bist Schulabgänger mit abgeschlossener Schulausbildung und hast Lust auf einen abwechslungsreichen Job mit reichlich PS-Power. In diesem Fall bilden wir dich zuerst in zwei Jahren zum Fachlageristen aus. Danach erfolgt die Ausbildung zum Berufskraftfahrer. Auch bei dir runden sechs Monate in Vertrieb, Werkstatt und Logistik die Ausbildung ab. So kannst du in nur vier Jahren zwei Ausbildungsberufe erlernen. Und das erwartet dich. Ein moderner Fuhrpark mit reichlich PS-Power. Ein abwechslungsreicher Job in einem jungen Team. Ein krisensicherer Arbeitsplatz in einem Familienunternehmen. Umgang mit Menschen, ein hoher Digitalisierungsgrad und flexible Arbeitszeiten. Gute Verdienstmöglichkeiten und eine gute Work-Life-Balance. Na, Interesse? Dann schick deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular auf ensinger.de oder per Mail an personal.ensinger.de Oder ruf uns an unter 07042-2809-360. Wir finden auch für dich eine passende Lösung. Wir sehen uns bei Ensinger. Wir sehen uns beim nächsten Mal.